Es ist die Chronik eines lang angekündigten Berichtes. Die im Juli 2014 über der Ostukraine abgeschossene Passagiermaschine der Malaysia Airlines ist nach Erkenntnis niederländischer Ermittler von einer Bugrakete russischer Bauart getroffen worden. Die Bodenluftrakete sei aus der Ostukraine abgefeuert worden, heißt es im Abschlussbericht der Untersuchungskommission, der am Dienstag auf einer Luftwaffenbasis in den Niederlanden veröffentlicht wurde. Die Boeing 777 mit der Flugnummer MH17 war über einem Gebiet abgestürzt, das von Rebellen kontrolliert wurde. Dabei starben alle fast 300 Insassen, die meisten waren Niederländer. Der Sprengkopf der Bugrakete sei links vom Cockpit explodiert, heißt es in dem Bericht. Die Menschen an Bord, die nicht unmittelbar durch die Rakete getötet worden seien, hätten binnen weniger Augenblicke das Bewusstsein verloren. Die Kommission erklärte, die russischen Behörden widersprechen dem Bericht, sowohl was den Typ des Sprengkopfes als auch der Rakete angehe. In Moskau hatte zuvor die offizielle russische Seite ihre aktuelle Version der Vorgänger präsentiert. Der staatliche Waffenkonzern Almas Antai ist Hersteller des Bug-Raketensystems. Mit einem Exemplar dieses Systems soll laut vielen Experten der Abschuss erfolgt sein. Konzernchef Jan Novikov sagte, falls ein Bugsystem für den Abschuss verantwortlich sei, zeigten Experimente seiner Firma, dass die Rakete von einem Gebiet aus gestartet worden sein müsse, das ukrainische Regierungstruppen damals kontrolliert hätten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017